So meine Freunde, ich wollte mich jetzt einfach mal für diese 8 Jahren Abonnenten bedanken, denn es ist eigentlich nicht so viel, aber ich freue mich ja nicht darüber. Jetzt habe ich nur ein paar Fragen. Also, ich würde mich von irgendeinem einen abholen, um zu bestimmen, was ich jetzt für Videos drehe. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr etwas in die Kommentare schreiben würdet. Schreiben würde z.B. Gimman, Ran, Esu-Terrasse oder was auch immer hinein. Und am Mittwoch ist der Serverwartung und die Zeit, in der ich spiele. Würde es euch dann gefallen, wenn ich dann am Mittwoch in einem Video über Strike, das das hier rausbringen würde. Das ist das neue Game von Gameforge. Oder, manchmal mache ich auch ein Video über Haunt, das ist so ähnlich wie Slender. Ja, ich finde es eigentlich auch richtig cool. Könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr wollt. Also, eben nochmals, danke für die eurem Begriff, die ihr unterstützt. Und ich hoffe, meine Videos zu fangen aufhört. Tschüss!